Kostenübergang und Risikoübergang bei der Lieferklausel Freifrachtführer. Als Inkoderms bzw. Lieferklauseln werden Vereinbarungen zwischen dem Käufer und dem Verkäufer verstanden, welche den Kosten- und den Risikoübergang klären. Eine dieser Lieferklauseln ist die Klausel Freifrachtführer oder auch kurz FCA. Und bei dieser Klausel kommt neben dem Käufer und dem Verkäufer auch noch ein Spediteur bzw. ein Frachtführer ins Spiel. Bei dieser Klausel ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware an einen vom Käufer genannten Frachtführer bzw. Spediteur zu überreichen. Bis zu dieser Übergabe bzw. bis zum Ort dieser Übergabe trägt der Verkäufer das Risiko und die Kosten. Ab der Übergabe an den Spediteur bzw. den Frachtführer geht das Risiko über auf den jeweiligen Käufer. Das heißt, sobald der Spediteur die Ware angenommen hat, trägt die Kosten und auch das Risiko für den Transport der Käufer.